hallo und herzlich willkommen meine lieben zu einer neuen folge temtem wir befinden uns quasi wieder da wo wir letzte folge aufgehört haben und zwar in den aquamarienhöhlen so heißen die erzähle ich fast zur höhlen gesagt ich weiß nicht wie ich darauf komme wir werden das ganze heute ein bisschen erforschen nur kurz zur info hier draußen in dem wir so schön umfahren haben in der letzten folge mensch ich bin so froh dass die aquamarienhöhlen wieder geöffnet sind ich muss sagen dass sie weg bleiben sollen warum waren die aquamarienhöhlen geschlossen es gab einen erdrutsch und der tunnel war bis heute verschüttet niemand weiß was passiert ist aber jetzt ist jedenfalls alles wieder gut es heißt ein haufen komisch angezogener leute unter der führung einer seltsamen frau während gästen mit schaufeln und spitzsacken in die höhlen marschiert und dann gab es einen knall und einen erdrutsch daran ist bestimmt nichts verdächtig damit wissen wir dass wahrscheinlich lady lott damit gemeint ist und wir kurven erstmal hier nach unten denn da gibt es auf der karte ein ausrufezeichen oh ja genau ich habe ein bisschen duft benutzt damit wir besser durchrutschen ok da ist ein schwimmer nehmen wir am rückweg mit marina hallo was tust du hier bist du mit bärrad verwandt umwelt und nervst dich denkst du ich bin extra hin die einsamkeit gekommen um konversation zu betreiben kann sein bei der silaro was willst du damit du mich in ruhe lässt du hast um meine temtem zu stärken nimm das und halt die klappe einmal etha plus und jetzt lass mich alleine so können wir jetzt reden nein okay gut wir haben halt ein item abgestoppt auch nicht so verkehrt ach so ja hier den wollten wir mitnehmen ein surfbrett guter gedanke damit spaß zu kraft und kommst munter und kampfbereit ja sehr klug ok ein genki machen wir genau so ich denke die ist schon mal weg oah ein ukama gut dann glasklinge auf ukama ein ketten blitz warum alle auf genki genau er hat den regen schirm kristall spitzen dieser nano anak analoge tektonische effekt des kristallschammer aus dem boden auftauchen und schaden verursachen wechseln wir mal spiegelpanzer aus ok die glasklinge auf ukama gleichstromstrahl auf 2 ein glänkert blitz so kubi hätten wir auch recht froh dass wir genki hier mit auf unserer reise haben sonst wäre es glaube ich echt schwierig dann geht es jetzt hier an land oh ein sci-fi das haben wir noch nicht das werden wir versuchen zu fangen ok das ist nicht so gut ich habe noch ein paar salve plus gekauft zur sicherheit gut dass ich das gemacht habe wir wollen ihn auf jeden fall nicht umhauen oh schande ich glaube das passiert aber gerade na gut kann man nichts machen war anders geplant so dann benutzen wir noch eine salve sogar zwei für crystal ok weiter geht es schauen wir uns hier mal um ja wir benutzen den duft weiter so also hier nach links haben wir den kristallbereich schauen wir zuerst mal was hier oben ist da ist ein item ein beleber schadet nicht da haben wir einen durchgang ja schauen wir mal da rein ok da haben wir ganz viel kristallbereich dann schauen wir mal was da drüben im anderen gang ist der duft hält ja nicht lange muss man schon sagen so husch husch ok hier geht es einmal rum hallo besucher wer bist du ich bin aus der arbeitergruppe aus arisola was tust du wir sorgen dafür dass diese höhlen sicher für besucher sind die hauptstruktur scheint nicht allzu sehr vom erdrutsch beschädigt worden zu sein aber ich muss ein auge auf diese risse halten ich muss was erledigen also hier geht es nach unten ok ein kleiner wasserbereich tut mir leid ich glaube wir kennen uns noch nicht bist du teil des teams nur ich bin nur neugierig es ist schön einen leiden mit interesse an der archaeologie zu treffen willkommen zu einer historischen nicht entdeckung warum das mein kollege hier denkt er steht kurz vor der entdeckung des möglichen königreichs der königin der see eine legende nichts weiter eine schöne sicher aber doch nur eine legende äh was denkst du über diesen ord ok das sagt er genau dasselbe ok ich muss mal anders sein tschau tut mir leid ich gebe noch keine interviews agatha ich bin nicht und auch keine autogramme tut mir leid wer denkst du du wirst warten müssen bis du an der reihe bist warum hörst du nicht bei entlärer bist du hartnäckig wo ist der sicherheitsdienst wenn ich ihn brauche es ist hier werde ich es zeigen ok eine kleine abhobene dame oh ein odierer moment äh odierer oceara kann man die hier fangen abwählen was wäre interessant zu wissen das wäre interessant zu wissen klatschen ich muss mal nicht laufend aber niemand dafür ein ist da Ich mag Eiswürfeln nicht, da fast, so machen wir das hier so und gleich Stromstrahl auf Oceara, jawohl. Ich schätze ein paar Fragen, kann ich schon beantworten. Okay. Hier ist noch jemand. Anders wirklich hier der Ort sein, der Eingang. Der Eingang wohin? Der Eingang zum Königrecht der Königin der See natürlich. Die Legenden sind echtes oder könnten es sein. Ich muss wissenschaftlich bleiben. Keine Spekulationen, ich bin zu aufgeregt. Dann lass ich dich mal in Ruhe. Oh, du lieber Himmel, meine Knie sind ganz schwach. Okay. So viele Leute wie da sind, kann man hier sicher was Selteres fangen. So. Ein gerader Gang. Und ein paar Kämpfe, das sehe ich doch gerne. Wir gehen nur, wenn wir entsprechende Befehle von der Herren bekommen. Ja, die Belsotos sind wieder da. Lady Lottie ist längst nicht mehr hier. Was? Unmöglich. Wie? Woher kennst du den Namen der Herren? Weil ich sie in der Windgewandenfestung besiegt habe. Was für ein Skandal. Dann werde ich sie nun rächen. Na dann zeig mir, was du kannst. Die Template. Die Template. Hobie. Let's go Ja, ok Es wäre aber sinnvoll erst mal zu heilen Bevor wir Verluste machen Ja, das wäre ziemlich böse ausgegangen Gar nicht übel Gestaltstaub auf Ukama Leichtstromstrahl auf Wittblum Verflucht, ich habe das Vertrauen von Lady Lotte missbraucht Und weg ist sie Und ballern wir mal schnell ein paar Salben hier rein Ja gut, den Duft deaktivieren wir jetzt erst mal Und die nächsten Belsotos Also grab weiter Das hast du schon das letzte Mal gesagt Als die Herren uns befohlen hat Das verdammte Ich bin hier der, der die Befehle gibt Und ich sage Pass auf, da kommen sie erneut Ein Barngee Gut, da brauchen wir jetzt mal Den hier machen Und den hier machen Angi sollte ziemlich schnell weg sein Ah, fast Gut Das ich Tränke gekauft habe Das ich Tränke gekauft habe Das ist aber da gut Hier Oh, noch ein Tate Ruhe Einmal geheilt Einmal Gleichstromstrahl Oh, weia So, jetzt besetigen wir mal den ersten hier Dadurch, dass die neutral sind Halten die ganz schön viel aus So Dann Schauen wir mal, dass wir Barngee direkt loswerden Oh, okay Kann man machen Oh Ist die Frage Schaffen wir den auf einmal Ich hoffe es doch Okay, ja Das reicht Nice Noch so eine Niederlage Für Clan Belsoto Halt die Klappe Und renn du nah Ein bisschen Asche Und So Erstmal wieder ein paar Salben hier reinballern Haben wir mal voll Ja, haben sie ja Schauen wir mal, wie lange Ah, da ist Leitern Ah, Scales Da laufen wir weg Fünfmal Duft Sehr schön Oh, ein Skapsch Glaub ich Die Weiterentwicklung Von Scales Probieren wir mal Den zu fangen Ja Ja Ja, warten Und Gleichstrom Strahlen Und jetzt können wir es probieren So, eine Temkarte rausballern Und Dann hauen wir eine Salbe Auf den Genki Oh Das war aber echt knapp Probieren wir es nochmal Nein, keine Salbe M-Karte Jawohl Muskulös Mit physischen Techniken Verursachter Schaden Ist um 20% erhöht Ja, danke Bristol Level 28 Hat sich doch schon mal gelohnt Da Okay Hallo Oh, hi Psst, komm her Sei ruhig Warum Bieslige vor uns Direkt hinter der Ecke Die willst du nicht treffen Sie haben Temtem Und sind bösartig Wir denken, sie gehören zu der Gruppe Die vor einigen Tagen Den Erdrutsch ausgelöst hat Äh, du meinst die Belsotos Die was? Nennen sie sich so Und woher weißt du das? Ich habe sie in der Windgewandten Festung bekämpft Warte, also bist du Punchy? Sophia hat mir von dir berichtet In dem Fall habe ich keinen Rat Für dich Weil ich weiß, dass du auf dich Aufpassen kannst Dankeschön So, dann liegen ein paar Items Silikonfragment Noch eins Okay Ah, jetzt sind wir hier oben Cool Ah ja Wer bist du? Hey, wie bist du hier hochgekommen? Ähm Teleportiert Ja, sicher doch Es gibt vielleicht Temtem Die teleportieren können Aber du siehst mir nicht Wie ein Temtem aus Was tust du hier? Ich warte auf den Rest meines Teams Die mich unterstützen sollen Sie sind irgendwo da unten Auf den unteren Ebenen Ich bin viel zu erschöpft Um sie zu finden Daher bleibe ich hier Und hänge hier rum Okay Zweimal Aufwacher Zweimal Gegengift Ja, dankeschön Ah ja, die will kämpfen Gut Tut mir leid Kumpel Du darfst nicht weitergehen Es ist zu gefährlich Äh Du hältst mich auf Ja, aber nimm es bitte nicht persönlich Es geht nur um die Sicherheit Es sind einige unangenehme Gestalten Und die möchtest du nicht treffen Ich kann es mit jedem aufnehmen Du hast eine große Klappe Aber die sind ein rauer Haufen Ich lasse dich nicht vorbei Bis du mir bewiesen hast Dass du dich verteidigen kannst Oh klar, easy Oh klar, easy Bisschen schade machen Oh klar, das ist eine große Klappe Einen ersten blitz So So Das müsste erreichen platz klinge noch nicht schlecht ich schätze du könntest sie klein kriegen da steht noch einer erstmal heilen nun du scheinst in ordnung zu sein wenn sie sich durchgelassen hat was los nicht viel ich halte die wache falls nachtzügler auftauchen und warte bis das dojo verstärkung schickt das sind die hat die typen da unten wir wissen nur dass die letzte woche hier lang kam und das nächste was passiert ist war der erd und in den hüllen jetzt wo die ingenieure aus arizona die hüllen mit ausgegraben haben haben wir ein paar versprengte da unten gefunden sie sind uns feindlich gesinnt und weigern sich aufzugeben ok gut dass wir das schon erledigt haben das ist also quasi wenn man mit der kletterausrüstung da hoch kommt wahrscheinlich so das heißt wir haben hier freie fahrt erst mal hier durch so sind wir wieder hier und jetzt sind wir wieder da und dann einmal um die ecke sind wir wieder dort oh nö tschüss so ähm genau jetzt sind wir wieder hier unten ok wir können entweder durch den kristall bereich gehen oder den weg hier nehmen wo sich doch das hier was sein muss bei dem karten ja sehr schön so äh ich würde sagen wir gehen erstmal hier oben lang ich habe keine ahnung was der richtige weg wäre aber wir probieren einfach mal jeden weg aus äh seipat seipat oh seipat ich möchte ich gerne fangen wenn es geht ich möchte ich gerne fangen wenn es geht äh ich glaube ich probiere es einfach nochmal wenn es dann nicht hinaut dann haue ich ihn um na bitte geht doch äh ich darf ihn greift mit gift technik an ok nice dankeschön so mal kurz auf die uhr geschaut meine lieben das war es an der stelle mit dieser folge wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen kommentar ein like oder ein abo da und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin macht's gut und ciao show KEIT ch masks angst Bis zum nächsten Mal.